Bebebebebebe Bebebebebebebebebebeер ganz werbefreundlich sein. Was geht esishna MalAan Deshalb habt ihr richtig沒事 und ich brauche einen richtigen gegner deswegen habe ich den lieben ja hallo tschuldigung dass ich auf jeden fall so ein bisschen durchgeknallt gerade ein bisschen drauf bin ihr könnt mir gerne in die kommentare reinschreiben wie es findet wenn ich so drauf bin denn dann muss ich halt am tag ein energy drink trinken auf jeden fall fangen wir jetzt an mit der runde skyros bevor die leute hier quitten weil die denken sich jetzt bestimmt so alter wann fängt der typ endlich an alter will der mich irgendwie verarschen ich muss gleich ins bett der liebe sandmann ist schon vorbei wir nehmen das ganze hier gerade auf um 0 uhr 16 ohne den heißen breit zu reden 3 2 1 dieser moment wenn die elgato stecken geblieben ist ja moin es ist egal welche map du willst ich gewinne eh bin der skybox könig und gewinn den weg hm 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 zeit mein video wieder frechst du machst du selber macht doch selber kommen los ja heute wieder dabei der dali gaming dabei wenn er ist dazu link in der video beschreibung ganz bestimmt ganz ich überlegst mir ja leute und heute machen wir die challenge die ja nein nicht und stellen schwer das ganze funktioniert wir spielen eine runde skywars oder zwei euro und keine ahnung dürfen zum beispiel nicht und ja nein oder nicht sagen wer das tut der muss ein inventar weg packen wegwerfen einfach weg damit und zwar immer die zahl die wir benutzen zum beispiel neun dann ist das ganz rechts das inventar weg acht halt dahin davor und ihr versteht das schon alles also bei der erklärung würde ich nichts verstehen sind sie bist du bereit haben mich noch einmal gehen sie um die ganze familie 321 let's go wie geht es dir was hab ich denn ein schönes hier wie es mir geht positiv gut und dir und nein acht mein einziges schwert und nötige dragonball einblendung check die heißt die stellen schon mal ja nimm mal die fünf ich bin tot ach so ja wie war die ausbildung gut spaß gemacht in wiefern wirklich jahr das hat als jahr ein na ja war dann musst du plus zwei machen da musst du ganz links drucken das zweite dann dann halt gold tschüss ich hätte sowieso verdient ich habe tnt weischt nein doch und sonst so gut wenn das und weg machen lassen müssen gut was 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 war es wie es war es das krieg auf englisch wirklich ganz sicher ist seit als nein das ist dasselbe nein nein keine die gleich sind wir sehen uns in der nächsten runde leute werbung hey du hast schon das beste video dieser woche gesehen nein ja dann mal los hier im i punkt einfach mal draufklicken guck dir das video an aber am besten wenn du dieses video zu ende geguckt hast denn dieses video solltest du auf gar keinen fall verpassen ich wünsche dir auf jeden fall viel spaß noch auf meinem kanal und wenn mein kanal dir gefällt lass doch einfach mal ein abo da über ein like würde ich mich natürlich auch nicht beschweren aber genug jetzt von der werbung machen wir weiter mit dem video viel spaß und ich suche eine welt die mir gefällt ich suche eine welt wie sie mir gefällt die mir gefällt ich suche eine welt ich habe eine welt gefunden die aus eis besteht mit einem donut in der mitte ist das ganz überlegt und die kisten die wir looten können können manchmal dem gegner das genick brechen und ich muss gleich aufs klo und mein hintern brechen okay leute seid bereit für die zweite runde 321 1 leute was haben du wir haben die zack und die 1 von der karte danke wie läuft sonst so bei dir lebensleben in ordnung mit ich komme äh mitte ich hab die enderpelle verworfen okay magst du kartoffelpüree auf gar keinen fall warum nicht gut nicht darf ich gar nicht sagen Hilfe was ist er da ja dann konzentriert ich halt nicht darauf zu ich muss übrigens eine Zahl sagen ach ja stimmt guck mal so passt der Gin so auf so passt der Gin so auf im Inventar habe ich nichts bei sechsten Platz das würde ich jetzt auch sagen ich wusste es du kleiner ich brauche die Blöcke sonst kann ich nicht weiter oder ne warte mal ok 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 nein ok ich habe doch noch Blöcke alles gut hey voll ey tschüss Steiner ich werde euch vermissen they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand Dali 20 Jahre alt halt wegen Steine interessiert kein ok ok oha er wollte mich mit nem Pfeil abschießen ich bin tot egal leute das wars auf jeden fall mit ner Runde Skywars ihr habt gesagt ich soll Skywars spielen ich habe eigentlich nicht so gute Erfahrungen mit Skywars gemacht weil ich eigentlich voll der Noob da drin bin aber hey ARDEIN und lasst nen Daumen nach oben da für mehr Minecraft Content ne bei 200 Likes kommt das nächste Minecraft Video also wenn ich wieder von ner Gamestrom da bin versteht sich genau vielleicht sehen wir uns dort ja nö darfst du noch was sagen? nö tschau ok so Freunde das war es auf jeden fall mit diesem Video wenn es euch gefallen hat würde ich mich freuen über den Daumen nach oben aber deswegen mache ich jetzt keine minutenlange Endkarte ich mache das ganze um etwas klar zu stellen denn warum die ganze Zeit nur Reaction Videos kamen was heißt die ganze Zeit eigentlich nur? es kam nicht die ganze Zeit Reaction Videos wenn wir jetzt mal drauf gucken ok reagiere auf Mason reagiere auf eure Videos reagiere auf Giga Fifa ok sind Reaction Videos reagiere auf Best Of dann haben wir halt in einer Woche 1,2,3 3 3 3 Videos wo ich reacte wow toll und wie viele Tage hat eine Woche? richtig ähm 7 7 ist richtig genau das heißt 4 andere Videos kamen hier haben wir find the skin da haben wir ein Video was ich über eine Person gemacht habe da habe ich FAQ stellt mir Fragen gemacht und ein Quick Join Video also die Aussage dass ich nur Reaction Videos auf meinen Kanal mache stimmt schon mal nicht und ich möchte auch einfach mal sagen dass die Leute mal aufhören sollen immer rumzumeckern hier Reaction hier Reaction da Leute diese Videos sind erstens sehr gut für die Community denn ich gucke einfach eure Videos an wann kommt es vor dass ein 15k YouTuber die Videos schaut von seinen Zuschauern? ich glaube in der Hinsicht gar nicht und wann kommt es vor dass diese Videos auf seinen eigenen Kanal kommen? ich glaube irgendwie gar nicht also beschweren kann man sich da eher weniger ich weiß viele haben mich abonnieren weil sie Minecraft sehen wollen kann ich gut verstehen ich bin Dali Gaming der Minecraft YouTuber hey ich bin kein normaler Minecraft YouTuber Minecraft ist meine Hauptquelle womit ich auf jeden Fall meine meisten Videos mitmachen möchte deswegen haben diese Reaction Videos eigentlich immer etwas mit Minecraft zu tun ich bin ein Minecraft Kanal was ich leider auch einsehen muss deswegen kommt ja auch Minecraft auch wenn ich dieses Spiel halt ja nicht so suchte wie ihr zum Beispiel euer Spiel suchtet ich suchte halt zur Zeit sowieso fast kaum Games weil wie gesagt wenn ich arbeite arbeite ich 8 Stunden dann nehme ich mein Reaction Video auf bearbeite dieses Reaction Video und dann ist schon wieder Ende im Schacht dann kann ich nichts mehr machen denn schon Abend dann muss ich schlafen gehen und fertig ist außerdem muss ich mich nach der Arbeit ausruhen weil es einfach anstrengend ist gut Leute ich hoffe das reicht ich hoffe ihr habt das jetzt verstanden warum die ganze Zeit Reaction Videos kam und damit beende ich das Video Leute wie gesagt wenn euch das Video gefallen hat könnt ihr das ganze auch gerne mit euren Freunden teilen und so würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen denn in diesem Video steckt sehr viel Arbeit drin auch wenn ihr wahrscheinlich das nicht so richtig seht weil für euch geht das Video 10 Minuten für mich ging es jetzt 8 Stunden und ja haut rein bis zum nächsten Video was wahrscheinlicherweise wieder morgen kommt was ich gleich jetzt aufnehmen werde und gleich noch bearbeiten muss nach 8 Stunden bearbeiten zum Thema Freizeit ja ich habe sehr viel Freizeit nicht Ciao